Ja, das Problem bei dieser Chronifizierung ist, dass wir eigentlich dann ständig und permanent immer wieder in die klassischen Mechanismen gepusht werden. Also es ist bestimmt schon mehrfach genannt worden auf dem Kongress. Ich sage es trotzdem noch mal, Kampf, Flucht, Tod stellen. Dann, was man dazu zählen müsste, ist auch noch verstecken. Das passt ja bei dieser Thematik auch ein Stück weit, die wir aktuell erleben. Also sowohl visuell als auch mit Verhüllung und so, als auch eben räumlich. Und Anpassungsstrategien innerhalb der sozialen Bindungsbeziehungen, die ungünstig sind. Das heißt so Appeasement Sachen, wo man Dinge macht, die man eigentlich gar nicht machen will, weil man sonst das Gefühl hat, die Bindungsbeziehung wird unterbrochen oder abgerissen. Das Problem ist, dass daraus, was Seligmann entdeckt hat damals bei den Schäferhund und so Experten, Experimenten, dass da eben halt diese erlernte Hilflosigkeit rauskommt, die dann nachher in so eine chronische Dauerstarre eigentlich führt, weil man das Gefühl hat, also man hat den Hunden den Arm, Hunden hat man da Elektroschocks verpasst und dann konnten die rüberspringen in eine andere Box und dann kriegt man wieder welche verplättet. Und die, die keine verplättet kriegten, hat man dann gewundert, die sind jetzt resilienter, weil sie eine Coping-Strategie haben, wo es geklappt hat. Und die, die wieder auf der anderen Seite auch gekriegt haben, die waren dann fertig. Und das ist genau das, was wir hier auch erleben. Das heißt, die Leute haben immer mitgemacht und gemacht und gemacht. Und dann ist das die ganze Zeit so Zuckerbrotpeitsche gefahren worden. Und es hat alles irgendwie nichts genutzt und es ist irgendwie immer schlimmer und immer hysterischer. Der Mensch ist also irgendwie ein Stück weiter, glaube ich, von dieser Essenz von sich selbst auch abgekommen. Auch alleine durch dieses letzte Jahrhundert, wie gesagt, was der Behaviorismus dann empfohlen hat, das haben die Nazis ja übernommen. Es wird immer auf die Nazis, aber das kommt eigentlich aus Amerika, wie vieles aus Amerika gekommen ist in der Zeit. Diese ganzen Erziehungstipps. Halten Sie Ihr Kind niemals, geben Sie ihm nur formell die Hand hat Wurzeln gesagt und nicht überverwöhnen, lassen Sie es schreien. Und das sind genau die Sachen, die die deutsche Mutter und die erstes Kind auch empfohlen hat. Und die NS-Entziehung wurde dann darauf aufgebaut. Und Leute wie Wilhelm Reich und so haben das dann ja auch sehr kritisch eben gesehen und haben dann eben auch erkannt. Aha, so machst du eine Diktatur, indem du Menschen so früh von sich selbst und ihren Bezugspersonen entwöhnst.